Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex und es freut mich, dass du und ihr eingeschaltet habt zu einem spezialen Video, einer Sonderausgabe. Ein sehr kurzfristiges Video. Ich versuche, dieses Video auch so kurz wie möglich zu halten. Und zwar geht es hier um die eBay Osteraktion 2022. Eine Aktion, die eBay startet, wo du auch dran teilnehmen kannst, welche Bedingungen und wie du das machen kannst, erfährst du in diesem Video. Deshalb lohnt es sich unbedingt, bis zum Schluss dran zu bleiben. Ja Freunde, eBay plant eine Ostergutscheinaktion im Zeitraum vom 1. April bis zum 13. April findet diese statt. Es werden Gutscheine zur Verfügung gestellt, welche die Kunden im Warenkorb dementsprechend einlösen können und so auf verschiedene Kategorien 10 bis 20% Rabatt erhalten. Wie du daran teilnehmen kannst, erfährst du gleich in diesem Video. Ich möchte nur kurz noch auf die Werbemaßnahmen bzw. auf die Positionierungen eingehen. eBay wird komplett diese Kampagne starten bzw. auch diese finanzieren. Die ganzen Werbemaßnahmen werden von eBay hier getätigt. Es wird sicherlich was auf der Startseite sein, über solche Banner beispielsweise, aber auch vielleicht über Wow-Angebote angezeigt und verschiedene andere Positionen erhalten. Auch die mobile Version wird dementsprechend natürlich verschiedene Positionierungen haben von dieser Werbeaktion, sodass das Ganze sehr große Reichweite und Sichtbarkeit haben wird. Ja, kommen wir nun zu den Details und wie du gegebenenfalls auch als eBay-Verkäufer an dieser Werbegutscheinaktion daran teilnehmen kannst. Denn ich sage nur eins, das Umsatzpotenzial ist sehr hoch. Somit kann man in diesem Zeitraum gegebenenfalls auch sehr, sehr viel Umsatz machen. Und wie ich schon gesagt habe, der Zeitraum ist vom 1.4. bis zum 13.4. Dementsprechend auch die Gültigkeit der Gutscheine so lange und auch die Bewerbung auf der Startseite von eBay wird in dem Zeitraum dementsprechend erfolgen. Der Rabatt, wie auch schon erwähnt, minus 10% bzw. minus 20% vom Verkaufspreis. Das heißt, Konditionen sind so, dass man maximal 50 Euro pro Bestellung einlösen kann und pro Nutzer jeweils zweimal der Gutschein eingelöst werden kann. Pro Nutzer meint man in dem Falle pro Konto. Die Gutscheine müssen dementsprechend auch aktiv hier im Bestellvorgang, wie schon gesagt, im Warenkorb, denke ich mal, eingelöst werden, um diese Rabatte hier zu erhalten. So, nun geht es hier an die Kategorien und wir schauen uns an, welche Kategorien denn daran teilnehmen. Falls du eine von den Kategorien natürlich hier vertrittst, dann kannst du dich natürlich bewerben. Es geht hier um Haus und Garten. Ihr seht es hier, verschiedene auch Unterkategorien sind dabei. Also schau dir das an, falls da was für dich dabei ist bzw. falls du Artikel aus diesen Kategorien verkaufst oder hauptsächlich aus diesen Kategorien, das wäre noch besser. So, dann haben wir hier auch Fashion. Bei Fashion sind es diese 20%, bei den anderen muss ich sagen 10%. So, hier sind wir auch bei verschiedenen Unterkategorien vertreten. Dann haben wir hier Sport und Freizeit. Wir haben Collectibles und wir haben Business und Industrie. Alles 10% Rabatt, außer Fashion 20%. Ihr seht es. Diese Rabatte müssen aber dementsprechend von euch getragen werden. Wir sehen das gleich in den weiteren Bedingungen. Wichtig ist auch noch, dass einzelne Kategorien bzw. auch Artikel der oben genannten Kategorien nicht ausgeschlossen werden können oder gegebenenfalls nur einzelne Produkte angegeben werden. Das heißt, wenn ihr irgendwas davon in einer Kategorie was verkauft, dann wird immer das gesamte Sortiment an euren Artikeln, Produkten, dementsprechend auch an dieser Werbeaktion daran teilnehmen. So, wie läuft das mit der Finanzierung? Also die Finanzierung des Gutscheinwertes 10% bzw. 20%, aber maximal 50€, wie wir das oben gesehen haben und pro Kunde zweimal einlösbar, wird zu 100% von uns Verkäufern getragen. Sämtliche Marketingkosten sowie auf Ebay als auch auf Ebay-Partner-Netzwerken, das heißt, hier hat Ebay gewisse Partner-Netzwerke, wo das Ganze auch nochmal veröffentlicht wird, wird von Ebay getragen. Und ich sage euch alles, das ist sehr, sehr viel Geld, was Marketingkosten angeht. Dementsprechend sind wir hier mit 10% bis 20%, was wir dem Kunden an Rabatt gewähren, recht gut vertreten, denn man kann rein theoretisch diese Preise auf den Verkaufspreis draufschlagen. Das wird der Kunde soweit gar nicht merken. Dementsprechend kauft der Kunde trotzdem, weil die Sichtbarkeit auch einfach da ist. So, nun, wie meldet man sich zu dieser Werbeaktion an? Ihr schickt eine E-Mail mit diesem Satz hier. Ich bin an der Teilnahme an der Ebay-Ostergutscheinaktion im April 2022 interessiert. Euer Ebay-Name gebt ihr hier ein und eine E-Mail-Adresse mit dem Ansprechpartner dazu. So, und die E-Mail-Adresse, an welche E-Mail-Adresse ihr das verschickt, dementsprechend hier an Hausgarten, Business-Industrie oder Fashion. Ja, ich habe diese E-Mail-Adressen hier markiert. So, auch verschiedene Subdomains werden hier unterstützt. Falls ihr beispielsweise über mehrere Accounts bei Ebay verkauft, könnt ihr dementsprechend auch mit jedem Account euch hier bewerben. Super wichtig jetzt, weil das Video auch so kurzfristig erscheint. Die Teilnahme ist bis zum 24.03.2022 notwendig, um an dieser Aktion daran teilzunehmen. Und dann werdet ihr in zwei bis drei Tagen darüber benachrichtigt, ob ihr daran teilnehmt oder nicht. So, und falls du das Video natürlich jetzt später siehst, dann solltest du dieses Video als hinfällig sehen, dementsprechend. Und, ja, also eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier eine gute Werbekampagne von Ebay mitzumachen. Versuch einfach dein Glück, falls du in diesen Kategorien Produkte anbietest. Ich kann nur eins sagen, ich habe schon an solchen Aktionen daran teilgenommen und habe wirklich gute Umsätze steigern können und sehr, sehr viel verkaufen können. Falls dir dieses Video gefallen hat und du mehr von solchen Videos sehen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video auch gerne jetzt schon einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist und drücke dir die Daumen, dass du auch an dieser Werbeaktion daran teilnehmen kannst. Viel Erfolg, alles Gute und ciao.